Es war einmal eine Frau. Sie bestand aus Mondlicht und Zähnen. Manchmal streifte sie durch die Wälder und suchte etwas. Sie jagte. Er sagte mir immer wieder, du bist perfekt, du bist akzeptiert. Oh mein Hirte, ich brauche eine tiefere Erfahrung mit dir, als ich sie je zuvor hatte. Komm auf mich herab und erfülle mich mit dir. Lasst uns beten. Meine Ehefrauen, ihr seid alle gebrochen zu mir gekommen, verletzt von einer grausamen Welt. Ich habe euch alle aufgenommen. Ich habe mein Leben für euch geopfert. Ich habe euch Töchter geschenkt und Schwestern und das Leben. Lasst uns über unsere Segnungen reflektieren. Ja, mein Hirte. Du denkst, nur weil du deine Zeit noch nicht hattest, macht dich das zu etwas Besonderem. Bereite dich nur darauf vor, mein Kind. Unser großartiger Hirte wird dann nicht mehr so lieb zu dir sein. Wir werden uns sehen, wenn das Blut zu dir kommt. Ich verlasse mich auf dich, Sella. Von all meinen Kindern hast du die reinste Überzeugung. Ich he借 mich auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020